Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen DIY von mir. Heute ist Mittwoch und jeden Mittwoch gibt es ein DIY. Ich zeige euch hier meine Kreation. Ich habe nämlich gehäkelt. Ihr braucht eine Häkelnadel in 3,5, schwarze Wolle, eine farbige Wolle Eurowal, hier habe ich Babyrosa genommen und dann habe ich sowas gemacht. Ein Kleid mit einem rosa Bunt. So sieht es von vorne aus und so von hinten. Und ich habe das Kleid für die Margot de Perla gemacht. Eine Rennbarai Pacific Coast Doll. Ziehen wir sie mal um oder heben wir sie mal ran. Ja, also es passt jedenfalls. Sie hat wunderschöne hellblaue Augen. Mir gefällt ihr Bandana. Das Baiser ist weiß und hat Spaghetti-Träger und der Baderock ist mit Perlen am Saum besetzt. Sie kann sich bewegen, Kopf, Schulter, Ellenbeuge und Handgelenke und Knie natürlich. Sie trägt translussend, also durchsichtige Sandalen. Wenn ihr häkeln könnt, könnt ihr auch ein Kleid für eure Puppe machen. Tschüss, sagt eure Kerstin. Bye, bye. Tudie.